was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom battlefield one es ist unglaublich aber wahr es ist die 99 folge was was das für euch heißt die hundertste der gehört euch auswählen was wir da machen machen wir verschiedene klassen alle mal durch oder machen wir eine xxl oder was weiß ich eine dreiviertelstunde aufnahme das könnt ihr frei entscheiden auch die maps könnt ihr euch aussuchen ich werde das denn so einrichten und jetzt wünsche ich euch erstmal viel spaß bei der action supportet das ganze und schreibt rein was in der hundertsten folge sehen waschtet das wäre echt nice ach da geht's hoch ach da ist die kacklampe ich sehe nichts was war denn das warum ist denn der ist tot gewesen 73 ja nee ist klar warte jawohl ein bisschen zurück ja klar steht da erstmal schön panzer vor der tür wunderbar das lässt wir hoffen aber wir haben schon den ersten kill was geht ab aber kill und tot ne wo habe ich mich erschrocken ich habe gedacht ne da ist ja dieser kack panzer das war ja eine irritation da hängt er in der luft am baum was geht denn ab grafik back oder brauchen wir dafür ein exorzisten was war denn das er besessen da wahrscheinlich also ich weiß gar nicht wohin klassiker der klassiker ich hasse diese gasgranaten aber das dürften wir noch locker halten können nein jetzt nicht mehr kann man auch dahin nein aber selbst das ist noch machbar der feind hat einen sprengsatz an einsatz ziel albert platz ja hier war vor das habe ich mir nämlich gedacht das könnte da vergessen hoppala scheiße man voll in der kong jawoll ach aber das war nicht so toll ja aber das war klar die hatten das hier voll im griff alter warum hat der denn nicht gekriegt hast du dir so gedacht mein freund hier kommt da nicht mehr raus vergesst es nein da wartet er noch ja egal ich habe seine freunde oder homies oder was auch immer gut eingeheizt wie stehen wir dafür dass es gerade erst begonnen hat relativ gut das ding war hier folgendermaßen genau da muss die eine flanke wo alter das war ja einer von mir warum ballert der auf mich warum hat denn der das überlebt mit 90 das gibt es doch nicht jawoll wenigstens das aber jetzt kommen sie richtig da richtig rein da nein das war da und noch da nein das gibt es nicht das gibt es nicht jetzt haben die kack b eingenommen oder ah nein was macht denn der da oben ok warum war nee man schacke das wäre hinter mir gewesen von mir hat er mich da schön aufgespießt nee nee das gibt es doch nicht ich komme rein und direkt tot man ist doch kacka das der feind hat einen sprengsatz an einsatz ziel als macht unser panzer alles klar gut 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 nein das ist nicht so gut das ist gar nicht gut das war gut wie kannst du den nur versieden was war das man hört nichts man sieht nichts und angeblich hat der alfairi wagen mich geholt aber dass sie den back noch nicht weg haben das ist so zum naja so zum würdigen ne wir wollen uns nicht aufregen wir spielen uns ja um spaß zu haben huh wie holt der mich denn da aus dem panzer den panzer geht es nicht mehr rein das ist ja der schimmelt hier ab in der nähe deiner position ist ein wachsoldat kit verfügbar die koordinaten des feindes wurden an unseren artillerien bemerkt schick dir eine panzer aufpassen panzer raus zwei drei stück sind da gewesen man die überrennen uns jetzt die überrennen uns der feind hat einen sprengsatz an einsatz zu scheiße mann wir haben einsatz ziel albert verloren was sterb wir haben beide einsatz ziele verloren ja ich weiß das sieht nicht ach der ist oben rüber nee hier ist aber auch selten zack mal kurz warten ich höre schüsse ach mach da hier mal die tür zu noch mal eine seite nicht beachten das versuche ich mir mal zu holen weil das macht hier auf jeden fall sinn sodel wir haben zwar die maske des todes auf aber egal sehr schön hier ist gar keine tür ich will aber hier raus komm ich hier noch irgendwo rein nö denn wir haben den sprengsatz an einsatzziel albert platziert Lauf doch, Mann. Sterbt. Nein. Mann. Alles, weil ich nicht mehr in den Räumen einkam. Wir haben Einsatzziel Albert verlogen. Ah, klasse. Na, wo seid ihr? Alter, was geht denn hier ab? Jawoll! Mal wie eine Random-Granate getroffen. Und, ja, der geht noch schön runter, wie ich es nahe möchte. Schade. Es wäre nice gekommen, auf jeden Fall. Ich seh nix. Ich will mir den Aufstechen, den Penner. Jetzt ist er weg. Oh, Mann, ey. Ist Honky-Ponky. Ist Honky-Ponky. Ist Honky-Ponky. Ist Honky-Ponky. Mach die Kacke mal hier auf. Ich will da raus. Alles klar. Da oben. Jetzt haben sie uns. Ei, 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 ei. Markus. Gute Position hat er da. Naja. Von mir aus war es eine gute Runde. War auf jeden Fall amüsant und unterhaltsam. Und, ja, ich mache zwei Folgen 99, habe ich mir überlegt. Das war jetzt A. Und B lasse ich mir noch was einfallen, was schön ist. Supportet das Ganze und schreibt rein, was ihr in Folge 100 sehen möchtet. Das wäre ganz nice von euch. Ansonsten hauen sie rein. Bis zum nächsten Mal.